In unserem diesjährigen Barcamp Bildung Digital möchten wir gerne die Sessionplanung über Zoom und parallel in Conceptboard ausprobieren. Wie wir uns das vorgestellt haben, was Sie dabei machen müssen, das zeige ich in diesem Video. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Als allererstes. Eine Session kann von jedem vorgeschlagen werden, der oder die Lust dazu hat. Fühlen Sie sich also motiviert und auch angesprochen, eine Session vorzuschlagen, denn ein Barcamp lebt auch nur von der Vielfalt der unterschiedlichen Angebote. Schreiben Sie etwas in den Chat oder heben Sie die Hand, dass wir das bemerken. Wir werden Sie aufrufen und in der Sessionplanung können Sie Ihre Idee dann im Plenum präsentieren. Die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dann die Möglichkeit, über das Teilnehmerfeedback in Zoom, diesen grünen Kreis mit dem weißen Haken, ein Interesse zu signalisieren. Das ist keineswegs eine verbindliche Anmeldung, vielmehr so das Abklopfen der ersten Resonanz oder des Interesses, damit wir nachher die Angebote besser sortieren können. Danach erhalten Sie über den Chat einen Freigabelink für das Konzeptbord. Es öffnet sich jetzt das Fenster, was Sie direkt hinter mir sehen und Sie können sich über den Gastzugang einloggen. Und Gastzugang bedeutet, Sie müssen sich weder registrieren noch anmelden, sondern Sie geben hier jetzt einfach einen Namen an. Sie akzeptieren die Datenschutzbestimmung und sagen als Gast mitarbeiten. Und das sind auch schon die Daten, die von Ihnen jetzt erhoben werden. Konzeptbord ist erstmal ein skalierbares Whiteboard, wie wir es von Miro oder Collaboard etc. auch kennen. Das heißt, wir können uns hier drin bewegen. Wir können auch mit dem Mausrad uns raus oder auch rein bewegen und rein zoomen. Den Willkommenshinweis direkt am Anfang, den können wir wegklicken und haben nun Blick auf unseren Zeitplan. Das heißt, wir sehen drei Slots, also das sind die Zeiteinheiten, zehn verschiedene Räume und wir wollen nun die einzelnen Angebote in diese verschiedenen Cluster unterbringen. Für die Bedienung ist für Sie jetzt erstmal wichtig, oben die Hand, die Sie dort sehen und der Pfeil. Ist nämlich die Hand ausgewählt und halte ich die Maustaste gedrückt, kann ich mich in dem Board bewegen. Ist der Pfeil ausgedrückt, kann ich nur einzelne Bereiche auswählen, aber mich nicht bewegen. Das nur mal so zur Bewegung in dem Board. Ihre Aufgabe ist es nun, einen Post-it-Zettel, also einen kleinen Zettel zu schreiben und in einen Zeitslot einzufügen. Und hierfür wählen Sie oben einfach den Button für die Sticky Notes. Sie wählen sich eine Farbe Ihrer Wahl aus und klicken dann in einen Zeitslot Ihrer Wahl und schon erscheint dort ein Post-it. Sie sehen, hier drin blinkt schon direkt der Cursor, das heißt, hier können Sie direkt Ihren Vorschlag eintragen. Bitte kurz und knapp halten, nur den Titel reinschreiben und in Klammern hintendran die Anzahl der positiven Feedbacks, die es vorhin in Zoom gegeben hat. So sehen wir nämlich auf den ersten Blick, welches die Angebote mit der höchsten Resonanz auch sind. Wir werden, wenn die Sessionplanung vorbei ist, sämtliche Sticky Notes auch nochmal sortieren und schauen, dass eben die Angebote mit der höchsten Nachfrage nicht parallel stattfinden und werden dann über die Freigabe für Sie und Euch sichtbar einen Sessionplan erstellen, der dann eben das Geschehen des Barcamps maßgeblich bestimmt. Sollte es dazu Fragen geben, bitte einfach eine Frage stellen an die E-Mail, die hier eingeblendet wird. Schreibt einen Kommentar oder sprecht uns am Barcamp einfach darauf an. In dem Sinne, alles Gute, wir sehen uns und bis bald. Tschüss. Sollte наши Gute und Nachbarบги mit dem Auf bringt. Sollte es dazu sehen uns ein bisschen drinnen,